Oh, wieder so ein großer Raum, oder? Bäume? Bäume? Großer Raum? Äh. Ach, jetzt sind wir hier unten. Oh, fuck. Oh, fuck, das sind überall... Genau das. Oh, Gott. Hm, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, shit, das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Nein! Nein, Shuriken, nein! 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 Oh, Gott. Oh, Gott. Ah. Ey, das gibt's doch nicht. Ein Lebenspunkt. Healen. Nicht, nicht schlagen. Yeah! Es gibt's doch nicht so viele von den Wichsern. Okay. Ich bin es satt, wegzulaufen. Oh, Gott. Oh, Gott. Da healen wir uns einfach durch. Ey, wie viel Sinn denn das? Das ist ja unglaublich. Das gibt's echt nicht. Ja, ich krieg' Sterne. Es ist vorbei. Vier Sterne. Uh! Überall liegen trotzdem noch Bomben rum. Geile Musik ist gestartet. Oh! Verbandskasten. Nehme ich gerne. Ja, außenrum laufen bringt nix. Außenrum bin ich vorher schon gelaufen. Wir müssen hier durch. Hier gibt's bestimmt irgendwo irgendwas Wichtiges. Komm raus, Bäumchen. Auch wenn man nichts zieht hier. Null. Da darf ich immer noch nicht rein, oder was? Ich dachte, die Quarantäne sei aufgehoben. Ja, für den Raum offensichtlich nicht. Hey, Bro. Ah. Oh, jetzt hab ich gedacht, hier geht's runtergehen. Nope. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Ja. Na gut. Die Frage ist, wo geht es weiter? Oben raus bin ich ja letztes Mal schon. Vielleicht haben wir oben ein bisschen bessere Sicht. Oh ja. Oh ne. Ah. Da war die Maschine. Der Knopf, den wir gedrückt haben. Ist irgendwo der Ausgang aufgegangen. Aber das bringt uns jetzt alles nicht weiter, oder? Geheimnis gefunden. Das heißt, wir sind weit ab vom Weg. Einfach, um es mal so zu interpretieren. Also, oben geht's nicht weiter. Es muss unten weitergehen. Und zwar... Lasst mal überlegen. Gab's denn hier irgendwo eine verschlossene Tür, oder sowas? Also, hier drin ist nichts. Wir gehen jetzt systematisch vor. Hier drin... Ist auch nichts, oder? Sieht fast so aus, als wäre hier nichts. Und dann kommen wir hier zu dem Verschlossenen. Ah! Und dann können wir die Karte durchziehen. Und dann liegt unsere Leiche. Die wir anscheinend finden müssen. Aber die wir eigentlich lebendig finden sollten. Habe ich recht? Professor Nakamura, ich presume. Du kannst dir in Hand kommen. So, und wohin jetzt? Yeah! Danke, Professor. Ist ja nett von Ihnen, dass Sie uns diese Türen eröffnen, hier. Ach, Oji. Okay, und jetzt? Können wir nicht mal wieder an die frische Luft kommen, um diese scheiß Gasmaske abzunehmen? Pisst mich hardcore an. Steht eigentlich gerade wieder für einen Riesenraum hier. Ah, hier stehen die Schneefahrzeuge, die sie nicht benutzt haben. Scheiß auf die Truhe. Das kann da schon drin sein. Alle Räume sehen gleich aus hier unten. Hier waren wir doch auch schon mal, oder? Oder nicht? Hat da irgendwas geblinkt? Ja. Ah, falsche Richtung. Gate 2. Hä? Moment mal. Wo sind wir jetzt hergekommen? Kommen wir von A oder kommen wir von B? Ah, hier geht Licht an. Was kommt raus? Nur klein, scheiße. Boah. Da gehe ich doch gerne einmal rundherum. Na, ach nee, wieder Painling, wie gesagt. Wahrscheinlich noch von hinten gleich. Was ist hinter mir? Ja, ich schaue auch offen. Oh! Da haben wir sie schon. Oh fuck, ich muss ja erstmal ein bisschen Platz schaffen. Und heal. Heal schneller! Treppe. Treppe gut. Treppe gut. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Oben ist alles safe. Wie sie hier nahe nahe die Treppe hoch müssen. Solange ich euch abstechen kann, kann mir überhaupt nichts passieren. Mein ganzes Leben wird gereckt. Oh, da kriegst du da Achievements. So weit runter will ich nicht springen. In your face. Boah, was war das? Will ich dich verwandeln? Nee, geh aggro. Nope. Nicht so lange ich hier bin. Kommst du noch her? Ja, es tut hier doch. Okay. Wieder eine Schlacht geschlagen. Und gewonnen. Und hier ist ein bisschen heller. Können wir auch wieder den Kopf von Nakamura? Brauchen wir nicht mal. Oh, kein grüner Dampf. Ja! Ha! Da mach ich gleich. Gleich ein Quick Save. Da brauchen wir hier aber auch erst gar nicht rein. Da war nämlich wieder grüner Dampf drin. Nice! Endlich wieder freie Sicht. Ich seh' nicht. Im Schnee hat man sie besser gesehen. Stand da grad enthauptet? Ich hoffe so. Ich hoffe so low-weng. Und das Spiel loswerden. Das der andere. Stell dich nur einen Weg. Komm, stell dich nur einen Weg. Oh, er gibt noch. Oh nein, da zieht er mich ran. Was soll ich mit dir los hier hinten? Hang down! Und da stirbt die Gruppe. Was bist du eigentlich? Wupp! Hä? Ach, die Rauchwolken sieht man am Boden. Wieder was gelernt. Ach, wir sind hier. Guckt euch an. Hier ist der bunte Raum. Kann man Hotline Miami spielen. Ach, Shadow Warrior. Ich liebe dieses Game einfach. Komm her. Gute Nachricht. Du bist nicht Baroin. Die Schläge Nachricht. Da haben sie wohl recht. Ich weiß noch, dass diese Automaten ziemlich heftig explodieren. Hey. Hotline Miami? Also. Nur eine Pflanze. Gerade gedacht. Geheimnis gefunden. Geheimnis gefunden. Nehmen wir den Raum mal auseinander, würde ich sagen. Bam. Okay. Hat Spaß gemacht. Von wo sind wir jetzt gekommen? Ich verliere die Orientierung, wenn ich überall schon 10.000 Mal war. Ah ja. Da unten war neulich auch. Ne. Da sind wir jetzt hergekommen. Ja. Da sind wir hergekommen. Dann haben wir hier geschnetzelt. Dann sind wir in den Raum. Das heißt, wir könnten jetzt rechts oder links ist der Anfang. Oder hängt ein Medipack. Links ging es zum Anfang. Genau. Und gehen wir mal rechts. Nee, das ist auch die Strecke, wo wir schon waren. Gehen wir doch mal hier lang. Da war nämlich vorhin noch Sackgasse. Ja, ich erinnere mich. Ist hier immer noch Sackgasse? Na ja, so wie es aussieht, ist hier immer noch Sackgasse. Machen wir mal ein Quick Save. Was muss ich denn gerade machen? Ich kann doch irgendwo mein Ziel angucken, oder? Oder auch nicht. Vielleicht mit Tab. Geh zurück, um das Tor zu öffnen. Geh zurück. Also, dann gehen wir... Gehen wir zurück, zurück. Gehen wir hier zurück, zurück? Oder gehen wir in die andere Richtung zurück, zurück? Dieses Level ist ziemlich groß und verwirrend, meiner Meinung nach. Da war der Brunnen. Jetzt sind wir gleich ganz am Anfang. Ja, ich glaube, das war das falsche. Zurück, zurück. Andere Richtung. Zurück, zurück. Da sind wir ja am Anfang in den Zug eingestiegen. Das kommt mir vor, als wäre es ewig her. Stehen noch Explosivfässer. Aufpassen. So, jetzt kommen wir gleich wieder zu der Kreuzung. Ja, das sind die Paletten-Dinger. Hier ist die Kreuzung. Da vorne war unser Raum irgendwo. Ich habe schon wieder die Orientierung verloren. Dann gehen wir in diese Richtung zurück, zurück. Sie könnten mir ja mal ein paar Monster schicken, dass ich weiß, ob ich richtig bin. Da drinnen gab es nichts. Ich weiß es. Ach ja, ich erinnere mich. Halt mal. Was? Ich hoffe wirklich, das funktioniert. Ja. Genau. Jetzt erinnere ich mich. Neues Ziel. Gehe zu Zilas Schloss. Äh, safe? Ah, okay. Das hätte man uns auch sparen können. Gefundene Geheimnisse 7 von 11. Erfolge 1. Verdientes Karma 77. Eine Stunde. Ja, das war ein langes Level. Muss ich schon sagen. Okay, gehen wir zu Zilas Schloss.